Also, jetzt sehe ich hinter mir ein Rex, da hinten Da ist ein Rex, der kommt hinten auf mich zu Irgendwie war da noch ein Rex, glaube ich, oder ist das der gewesen? Man fängt ja schon mal gut an, keine zwei Minuten im Spiel und schon ein Rex Und dann auch noch ein schwarzer hier, glaube ich Na dann, den schwarzen darfst du natürlich nur mit Pfeil und Bogen erlegen, wenn es ein Battleborn ist und du das Achievement bekommst Mh, er ist kein Battleborn Dann ist okay Aber trotzdem hat er mir gleich... Wo bist du? Ich muss zuerst töten 300 Meter Ja, ich eile Der Reflekt, der sieht mich ja auch nicht Ich schieß einfach mal drauf, mal gucken Ich kenne ihn mal als sterben kannst du nicht meinst Richtig Nein, nein! Hm, du hast sogar noch 75% erhakt, dann bist du gestimmt. Ja. Aufregend. Es ist immer. Abherzklopfen. Vor allem erst Overwatch spielen und dann das hier, das ist so ein bisschen... Umgewöhnung. Schieß, Waffe, schieß! Schieß! Hier musst du mal eine nachladen. Genau. So, weil du zu schön war... Krieg ich jetzt den Anna-Boost? Ja genau, gib mir mal Heilung. Weil er zu schön war, renn ich jetzt den zweiten Teil. Und wir werden ja mal nicht krepieren. So, wir sollten mal nachladen, oder? Also das muss dann der Rex gewesen sein, der hinter mir im Wald war, der ist dann da wohl gelogen. Bei mir war dann so, als wenn zwei, drei waren, aber glaub nicht. Ja, so ist es nur einer. Zwei, meine ich. Also einer weniger. Ja, ja. Okay. Hm, der ist ja auch schnell weg. Der Rex, der war doch hier. Weit und breit nichts zu sehen. Haben wir da eine Spur? Ja, da ist eine Rex-Spur. Ja. Ähm. Ach Gott. Ja, das ist kleiner. Fünf, fünf bis... Fünf, acht oder so. Hm. Süß. Ähm. Okay, jetzt sind die Spuren, die nach oben hindreht. Die eine steigt in die Richtung und die andere, die noch in die Gegensitzt. Seltsam. Hä? Die Spur zeigt auch da lang? Was ist denn nun? Aber der Rex ist doch vorhin irgendwo hin lang gelogen. Das ist seltsam. Wo ist denn der? Hallo? Ist der die spawnt, oder was? Ne. Bei Körn auch nicht. So schnell kann der noch nicht aus dem Sichtradius hier verschwinden. Ist ja seltsam. Ich hab mich schon so gefreut auf den zweiten T-Rex und dann ist er nicht da. Oh, der ist Richtung Basis hier laufen. Oh, der ist Richtung Basis hier laufen. ich bin sehr einfach. Söge. Das ist auf jeden Fall. Ja. Ich bin nicht überwunden. Hm. Irgendwie komisch hier mit dem Rex. Wieso sonst? Weiter nichts. Kein Triceratops, weit und breit nicht. Na gut, die rennen ja dann dummerweise weg. Wenn der in so einem Kreis läuft, dann vertreibt er natürlich auch die ganzen Triceratops. Na gut, da waren vorher schon keine. Hier ist immerhin mal eine Spur vom Triceratops, aber wann musst du denn der Rex setzen? Find ich ja blöd. Kann doch gar nicht sein, ey. Toll, jetzt kann ich hier ewig rumhauen. Rein gar nix irgendwie hier. Ist irgendwie seltsam. Weil so lange habe ich ja nicht gebraucht um den Rex zu killen, soweit kann der ja nicht laufen sehen. Naja, egal. Gehe ich zur Basis und guck mal, ob ich da Munition wieder finde. Gehe ich zur Basis. Ok, nein. Kann doch mal. Du bist mit den Gänge, da kommst du den Gänge. Und wenn ich den Gänge gegen den Gänge mache.